Marsch zum Gedenken in Berlin und Brandenburg. Deckelung bei Strom und Gas. Habeck will längere Preisbremsen. Und Gewerkschaft der Polizei fordert praxistaugliche Regelungen der Bundesregierung zur Datenhaltung bei Telekommunikationsanbietern. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 27. Juli. Heute findet zum sechsten Mal in dieser Woche der Marsch zum Gedenken in Brandenburg und Berlin statt. In Gedenken an 116 Gefallene der Bundeswehr und zusätzlich für alle seit 1956 in Folge der Ausübung ihres Dienstes ums Leben gekommenen 3.377 Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern marschieren 154 Soldatinnen und Soldaten sowie Reservistinnen und Reservisten gemeinsam. 116 Kilometer und 3.377 Meter. Dabei tragen sie die Namensbänder der Verstorbenen. Der ist deshalb wichtig für mich, weil viele von denen, die mitmarschieren, waren dabei, als die anderen ums Leben gekommen sind. Das heißt, sie haben alle ein Schärflein zu tragen. Viele, die mitmarschieren, sind aus den Einheiten, bei denen die Gefallenen zu beklagen sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Menschen nicht vergessen sind und vergessen werden. Und dass man den Überlebenden hilft, ihren Alltag zu bestehen. Denn ich selber habe das Glück, dass ich gesunde Kinder habe, dass es mir gut geht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie man sich fühlt, wenn dein Kind, wenn dein Sohn auf einmal nicht mehr da ist. Und das ist das, was uns antreibt, was uns alle antreibt, wo wir sagen, die haben es verdient. Einmal im Jahr. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Strom- und Gaspreisbremsen bis Ostern 2024 verlängern. Die Preisbremsen wirken wie eine Versicherung gegen steigende Preise, sagte der grünen Politiker der Augsburger Allgemeinen. Nach jetzigem Stand würden die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen. Ich werbe aber dafür, dass wir sie nochmals verlängern, und zwar bis Ende des Winters. Genauer gesagt, bis Ostern, sagte der Minister weiter. Bundesfinanzminister Christian Lindner plant, in den kommenden Jahren die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Er betonte, dass es keine abrupten Kürzungen geben wird und dass die Erhöhungen auch nach der Verwendung des Sondervermögens gesichert ist. Diese Aussagen machte er in seinem neuen Podcast CR+. Bei ihrem Indienbesuch betonte Bundesumweltministerin Steffi Lemke den Waldschutz als wichtige Maßnahme gegen die Klimakrise und das Artensterben. Ein gesunder Wald ist ein natürlicher Helfer gegen die weltweite Klimakrise und gegen das Artenaussterben, sagte sie bei einem Besuch in der Metropolregion Chennai. Ihr Ministerium wird 17,5 Millionen Euro aus der Internationalen Klimaschutzinitiative für ein Wiederaufforstungsprojekt von Wäldern bereitstellen. Die Gewerkschaft der Polizei erinnert die Bundesregierung an ihr Versprechen, eine praxistaugliche Regelung zur Datenhaltung bei Telekommunikationsanbietern zu schaffen. Die Uneinigkeit zwischen dem Justiz- und dem Innenministerium dürfe nicht auf Kosten der Opfer von Straftaten ausgetragen werden. Die derzeitige Situation wird als unbefriedigend kritisiert, da die Ermittlungsarbeit nahezu unmöglich gemacht wird, so der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende, Alexander Preutz. Versicherer berichten, dass in den letzten 20 Jahren durch Starkregen landesweit Schäden in Höhe von 12,6 Milliarden Euro entstanden sind. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft warnt vor häufigeren sindflutartigen Regenfällen in der Zukunft, was zu weiteren Schäden führen könnte. GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen betont, Klimawandel bedeutet, mehr Hitze, mehr Dürre, aber auch mehr Stürme und Starkregen. Wie die Polizei Berlin auf ihrer Internetseite mitteilte, brannten in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge auf einem Firmenparkplatz der Deutschen Bahn in Mitte. Gegen zwei Uhr wurde die Polizei in die Karoline Michaelis Straße gerufen, nachdem Anwohner laute Knallgeräusche bemerkten. Auf dem Parkplatz der Deutschen Bahn standen zwei Pkw in Flammen, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Die beiden Autos brannten im Frontbereich fast vollständig aus. Da einer der brennenden Pkw unter einem Baum stand, wurde auch dieser stark beschädigt. Weiterhin wurden an zwei Gebäudefronten mehrere Glasscheiben derart beschädigt, dass das Sicherheitsglas splittierte, aber noch in den Rahmen verblieb. Zusätzlich wurde die Eingangstür des Gebäudes großflächig mit einem schwarzen Schriftzug beschmiert. Da nach bisherigem Erkenntnisstand von einer politisch motivierten, vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen wird, hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im Juli stabilisiert, da die Hoffnung auf rückläufige Inflationsraten den Pessimismus minderte, so eine Studie des Konsumforschungsunternehmen GfK. Obwohl sich die Chancen für eine Erholung des Konsumklimas verbessert haben, wird das Niveau in den kommenden Monaten dennoch verhältnismäßig niedrig bleiben, sagte Rolf Bürkel, GfK-Konsumexperte. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Freitag erwartet uns ein bewölkter Himmel mit Chance auf leichtem Regen bei einer Tiefstemperatur von 16 Grad. Am Freitag erwartet uns ein bewölkter Himmel und die Temperatur steigt auf 22 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.